Der Amerikaner Cody hatte es wahrlich nicht immer leicht im Leben, er musste ohne Vater aufwachsen und so geschah es, dass sein ehemaliger Nachbar kurzerhand diese Rolle übernehmen musste. Er lehrte ihm die Kunst des Lebens und hat ihn zu dem gemacht, was er heute ist. Weil viele Leute dieses Foto mögen, möchte ich euch die Geschichte dahinter erzählen. Als ich noch ein Kind war, wohnte Milton West, der Mann auf diesem Foto gleich gegenüber. Ich kannte ihn aber immer als Mr.Chip, vor seinem Ruhestand hat er bei einem großen Chemieunternehmen gearbeitet. Er ist für mich da, seit ich zwei Jahre alt bin. Ohne Vater aufzuwachsen war sehr schwer für mich, aber glücklicherweise konnte ich immer auf großartige Männer wie Mr.Chip zielen. Er hat mich ständig daran erinnert, wie wichtig gute Bildung ist. Er hat mir beigebracht, wie ich einen Garten pflege. Er hat mich gelehrt, Menschen nicht nach ihrem äußeren zu beurteilen. Er hat mir geholfen, meine Mutter besser zu verstehen und noch viele andere nützliche Dinge. Sein Beitrag zu meinem Leben war enorm. Ohne ihn wäre ich nicht der gute Sohn, Mann und Vater geworden, der ich heute bin. Ich bin so unendlich dankbar, dass ich Mr.Chip in meinem Leben haben durfte. Ein weiterer Beweis dafür, dass auch Menschen, die nicht direkt mit uns verwandt sind, einen riesigen Einfluss auf uns haben können, so werden sie sicher bis an ihr Lebensende vereint und unzertrennlich bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.